Danke Benji, danke Ries, danke Marco, danke Graf für das Zeugnummer. Was machen wir? Rutschentag. Was? Richtiges Rutschentag. Was? Okay. Jetzt einmal sagen wir, dass unser Initianten waren kommend. Wir haben gesagt, wir machen die Gruppen jetzt wieder größer, weil Corona vorbei und wir haben wieder mehr Leute und das ist gut. Für das sind wir im Grunde da. Da oben steht Forging Light Elites. Was wir tun wollen? Unsere Menschen helfen sich zu verbessern. Wenn ich aufschreibe, wir helfen dir, dich zu verbessern. Das ist auch gut, ich bin dabei. Das ist unser Job zu tun. Okay, damit wir unsere Leute helfen können, sich zu verbessern, müssen wir was tun? Uns verbessern. Also ich jeden Tag, du jeden Tag, du jeden Tag. Und du hast es erst mal auf den Hund gemacht. Du hast gesagt, wann wir die Skills haben, die Leute zwar besser, macht es? Besser. Macht es Spaß. Macht es gut. Jetzt halt ich mir so, und zwar auch mehr Spaß. Ich nenne jetzt einmal zufällige Namen und Gleichheiten sind nur zufällig. Aber ich nenne sie jetzt einmal Alice im Wunderland. Alice im Wunderland sagt... Ach, das Spiel machen muss ich scheiße, dann die Menschen rum her und damit sie Spaß haben. Und Alice hat in einem Punkt völlig recht. Die Menschen rum her und damit sie Spaß haben. In einem zweiten Punkt liegt sie aber etwas daneben. Es ist nicht scheiße, gar nicht zufällig. Wann hat ein Mensch Spaß? Wann besser wird, wenn er voll gesiegt. Auf den Punkt gebracht. Wenn er eine Mastery Experience hat, wenn er auf Flugzeugen ist hat. Oder Marco? Ja. Wenn du zum Beispiel in der letzten Runde schneller wieder ein dicker Coach schläfst, dann hast du einen und du denkst, der geiler Scheiße kommt wieder. Und ich denke, Marco hat mich geschlagen und ich glaube, sie kommt trotzdem wieder. Nein. Es kann mich besser machen. Um das geht es für heute. Erfolgserlebnisse geben, damit derjenige sich weiterentwickeln und verbessern kann. Nur um das geht es. Und dazu wir selber. Wenn wir unser Coaching evaluieren, haben wir dazu sechs Punkte. Und es gibt wahrscheinlich 106 Punkte. Aber einmal sechs Punkte, die wir hernehmen. Und alles andere kann da reinfallen. Nur wenn ich mir nicht der kühlste Menschen traue. Dann sagen wir alle, muss jeder sagen, was er will. Wir sind ein Risiko für unser Environment. Es soll und kann jeder sagen, was er will. Es gibt keine... Sondern nur... Nein. Erster Punkt. Ich schreibe alle sechs auf. Marco hilft mir. Erster Punkt. Erster Punkt. Erster Punkt. Ja, erster Punkt. Okay. Zweiter. Dritter. Und jetzt nicht immer noch der Marco. Dem Ring. Ja, kommt dem Ring nicht vor. Wir schreiben einmal Turanondo auf. Sie haben es schon... Das war jetzt schon verlangt. Ja, dann geht es weiter. Okay, warten wir. Okay, warten wir mal. Ja? 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 Ja. Sehen, teaching, correcting? Ja. Sie haben die Presence und die Attitude. Die Presence und Attitude. Und angenommen, du hast eine große Gruppe. Coaching. Ja. Du hast eine große Klasse. Und eine große Gruppe. Was muss ich mit das machen? Wie? Ja. Klasse & Group Management. Was im Grunde nicht uninteressant ist, wenn wir eine größere Gruppe zu hören. Was ist die größte Gruppe, die du komisch magst? Moment. Moment. Hast du in der Schulklassen? Na, Deutsch. Achso. Hast du gerade eine größte Einzige? Fünf, sechs Leute? Okay. Fünf, sechs Leute? Okay. Ja. Mit der richtigen Skills. Mit der richtigen Skills. Mit der richtigen, aber nicht nur ein Punkt. Okay. Die Skills. Wir kommen jetzt mal gemeinsam zu erholen. Wollen wir sagen, Grass & Group Management. Also nur, es gibt hundert viele Reden. Wir besprechen einmal einen möglichen, oder was geht. Marco. Ja. Wie würdest du... Nehmen wir die Stunde vor... Nehmen wir die Stunde vor heute, Jan? Ja. Was möchtest du? Ja. Dass du zuerst begrüßt. Sondern auch, dass du generell das Werke erklärt. Ja. Ja. Okay. Wollen wir mal. Ja. Okay. Begrüßt. Werke erklärt? Dann? Ja. Dann hast du den General Gang. Ja. Dann hast du den spezifischen Rollen. Ja. Dann hast du den spezifischen Rollen gebracht. Dann hast du den Spezifischen Rollen gebracht. Dann hast du den Spezifischen Rollen gebracht. Okay. Spezifischen Rollen. Dann hast du noch ein Verhältnis gegeben. Ja. Und dann... Und dann? Ähm... Dann ebenso. Sieben Werke. Du hast es gepusht. Wie man danach... Echt? Wenn nur die... Was hast du gesagt? Die Reihe und die Pushe in die Karte holen. Okay. Das war dann mitgemerksam. Aber dann zum Schluss? Ähm... Was wollen wir dann direkt hin? Okay. Also in dem Fall nur... Cool, dann? Ja, genau. Okay. Das sind die Mainpunkte. Völlig richtig. Aber wir starten. Du noch mit nach hinten hoch. Zieh vom hinten hoch. Ist was? Ich sehe das gleiche verstanden. Okay. Dann... Ich fange nur so, wenn man sich... Ich sollte etwas sagen, wenn man sich hinten und vorher raus geht. In dem Fall fange ich vorne und hinten an. Das heißt, meine... Nehmen wir ein Beispiel. Ähm... Sagen wir mal, der Dienstag wird heute. Boah... Das ist schon lange her. So ist es damals der Blöcke. Donnerstag. Ja. Das ist völlig gut. Okay. Also dann ist das... Erstmal... Zuerst war... ... allein mit dem Check, glaube ich. Ja. Ja. Sehr genau. Und dann hat man... Wie alt ist es gleich? Ähm... 15, 12. Nein. Ich bin in den Check. Aber du darfst es nicht... ... aufbricht. Nein. So investieren. Das heißt, glaube ich... Aber 15, 12. Und dann... Ja. 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 Ich habe jetzt... Ich hätte jetzt bei dem Intro mal alles erklärt. Also das Workout. Und zuerst, unsere Weightlifting Session. Und dann danach hätte ich dann eben mit dem Balmout gestartet. Zuerst einmal einfach. Ehm... Einfach mal ganz... Ganz general Balmout. Das heißt, ein bisschen stretchen. Ein bisschen den Bulls aufgeklicken. Ganz locker. Kannst du aber nur dieses Glas-Management-Videls-Management-Zeit werden? Das war jetzt von mir nicht richtig gefragt. Nur, dass du das Glas-Management im Buch da wieder die Zeit aufteilst. Was ist das jetzt zum Beispiel? Den ersten Mal, Key-Warmap. Ja, General-Warmap. Wie viele Zeit? Wie viele Zeit haben wir gesammelt? Eine Stunde. Okay. Dann machen wir einmal seitlich 60. Wir machen so einen großen Strich mit 60. Ja, zum Beispiel. Wieder graviert, oder? Denk mal. Okay, war nicht cool, oder? Grundsätzlich einmal 60. Dafür kann fast jeder laufen. Man kann einmal vorsichtig, braucht der Fuß immer in die Arbeit. Das ist ja blöd, ja. Machen wir mal einen Sandzug noch mal, dann auch gleich. Okay. Okay. Wenn ich eigentlich bin, ich mache das eigentlich erforderlich. Aber ich habe das nicht wirklich geplant. Ich mache das dann einfach so intuitiv. Okay. Ich mache dann dann mal Channel-Warmap, dann schaue ich auf die Uhr. Und dann nachher weiß ich ungefähr, wie lange dann noch für das nächste Mal. Damit genau die Scheiße passiert in der Mehrheit, oder? Nein, das passiert immer nicht. Okay, läuft gut. Schauen Sie mal gemeinsam kurz, nur eine Möglichkeit, was man machen könnte. Mal sage ich, ich habe 60 Minuten und mir Danke gemacht. So gut. Also alles, was wir haben wollten, dann schauen wir mal, ob wir da etwas verbessern können, auch für uns. Eine Art, das zu machen, mehr zum Beispiel. Okay, wie du sagst, Introsession. Manche andere Zeit. Danke. Introsession, okay. Dann, was kann ich jetzt tun? Von hinten starten. Wie viel Cooldown brauche ich noch keinen? Zaun-Rammer-Score-Seintrag? 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. 5 Minuten. Okay. Was nehmen wir? 5 Minuten. Nehmen wir die Hälfte? 7 Minuten. Ehrlich, wir beschreiben Sie mal hier. Wir kennen Sie immer noch. 7 Minuten CD-Cooldown. Wie lange dauert das Workout? 12 Minuten. 12 Minuten. 12 Minuten. Wie lange? Wie lange Pipi-Pause? 12 Minuten. Eher auf dem, wer drin ist. Und wenn ich Brüder drin ist, brauchen wir 10 Minuten. Nachfällig, wirst du das scheißegal da drin. Es sind 2 Minuten. 2 Minuten Watchpad. Was haben wir da noch zwischendens? 12 Minuten. Was? 12 Minuten. 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 13 Minuten. 13 Minuten. 13 Minuten. 13 Minuten. 13 Minuten. Schaut, warum hat es mich geschniesen. Wenn ich recht bin. 1 Minuten maximal. 1 Minuten maximal. Muss der Quen viel erklären? Ja. Naja. Was ist das Wichtigste bei Quen? Dass er mit aufbricht. Und dass er mit aufbricht. Und dass er mit aufbricht. Also dass er mit aufbricht. Also nur einmal. Nehmen wir, wo du sagst. Maximal 5 Minuten. Ja. Was? Nehmen wir 5 Minuten. Ja. 5 sind 38. Machen wir da her. Das heißt, wir haben theoretisch 22 Minuten noch über. General Warm Up. Wie viel brauche ich General Warm Up für? Wir haben im Grunde ein paar Movement oder zwei Movement, oder? Mhm. 10 Minuten. Würde ich mal brauchen. General Warm Up 5 Minuten. Die restliche Zeit. Spezifisch Warm Up für Clean & Jack. Und ein kleiner Clean & Jack. Das heißt, ihr habt für die Session komplett 22 Minuten, oder? Mhm. Ist das richtig? Haben wir verrechnet? Ja. Stimmt jetzt? 33,5 Minuten. Ok. Ich habe 22 Minuten für General Warm und Spezifisch Warm Up. Karen? Nein. Weil 33 plus 5 sind 38. Ja, habe ich ja. Achso, ja. Stimmt jetzt? Ja, stimmt. Ok. Dann hast du 22 Minuten für das und das. Ist Technik da key? Ja. Also nochmal. Channel Warm Up. Was ist Typ für Channel Warm Up? Flexibilität. Genau. Geht es bei dir in Flexibilität? Für was Flexibilität? Für einen Clean & Jack. Für das movement dazu. Hast du einen Vorschlag für Channel Warm Up? Ja. Man kann zum Beispiel rechnen, wenn er eine Reihe aufsteht, dann zur Element. Zum Beispiel. Element Warm Up, oder? Zum Beispiel. Du hast auch ein Beispiel? Ja, ein Ducklock. Zum Beispiel. Was passiert bei einem Ducklock? Hips, Engel und Öffnen. Genau. Das wissen wir natürlich nicht. Okay. Der Ducklock ist super. Und wir wissen eventuell, ich mache die Hüften aus. Sprung, lenke, Knie, alles. Das ist so ein Flexibilität für den Liftbaums. Wie lange? Sechs Minuten. Sechs Minuten. Dann bleiben wir uns jetzt effektiv. Sechzehn. Für. Das. Cool. Jetzt haben wir einen Plan, oder? Ist gut. Kann ich das jetzt mit fünf Leuten machen? Kann ich das mit vier Leuten machen? Kann ich das mit einem Schultas machen? Ja. 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 Bist du gut genug, dass du in 16 Minuten einer Frau einen kleinen Jerk beibringen kannst? Bei einer Schulflöße? Ja. Also das wird echt falsch. Okay. Bist du gut genug? Hast du es berührt? Ich muss eigentlich auch nicht gucken, dass du einen kleinen Jerk beibringen kannst. Aber das ist nicht so einfach, weil die haben halt manchmal eigentlich keine Ahnung, was ihr Körper macht während dem Movement. Und dann hat man andere Sachen aus. Okay. Und jetzt kommen wir genau hin. Theoretisch kannst du in 16 Minuten nehmen. Sehr gut. Okay. Jetzt schauen wir mal gegen diese... Ist es noch kurz soweit? Ja. Ja. Alles gut. Und jetzt schauen wir das Film noch, oder? Wenn ich jemanden... Nehmen wir das Beispiel Linen-Jurk machen möchte. Kannst du mal auf der FC Stand? Ja. Ja. Da bin ich IN цifal-Jurk strings. Da bin ich sehr langs Liefer gebunden.